Hallo und herzlich willkommen zu Film Nummer 24, meiner Einführung in die Finanzbuchhaltung. Heute versetze ich mich in die Lage eines sehr glücklichen Unternehmers, weil ich erwerbe heute ein Grundstück. Und diesen Erwerb muss ich buchen. Und bevor ich den buche, muss ich die Anschaffungskosten für dieses Grundstück ermitteln. Da kann ich dieses Thema gleich schon mal schön wiederholen. Also, Anschaffungskosten sind all diejenigen Kosten, die ich bezahlen muss, um den Gegenstand, den Vermögenswert oder den Vermögensgegenstand in den betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Also, das heißt nichts anderes auf gut Deutsch. Ich muss alle Kosten ermitteln, die ich bezahlen muss, um dieses Grundstück für mich nutzen zu können und bebauen zu können. Und dazu muss ich erstmal alles unterstreichen, was dazugehört und alles durchstreichen, was nicht dazugehört. Auch das kommt in Aufgaben vor. Und das sieht dann so aus. Gehen wir das mal Stück für Stück durch. Also, als erstes, das Grundstück kostet 200.000 Euro. Das ist der Kaufpreis. Der gehört auf jeden Fall dazu. Dann die Grunderwerbssteuer. Die muss ich jedes Mal bezahlen, wenn ich eine Immobilie oder ein Grundstück erwerben möchte. Die gehört auf jeden Fall dazu. Und die beträgt 3%. Das ist wichtig. Die Grundsteuer. Die gehört nicht dazu. Das ist eine Steuer, die muss ich jedes Jahr an die Gemeinde abführen, wenn ich irgendeine Immobilie habe. Und es ist vollkommen egal, wie lange ich diese Immobilie schon habe. Also, angenommen, ich habe die geerbt und funktioniere die um in ein Gewerbegrundstück und baue da meinen Betrieb auf und das gehört mir schon 50 Jahre oder gehört schon seit 50 Jahren zum Betrieb, dann muss ich immer noch Grundsteuer dafür bezahlen. Das ist also so eine regelmäßige Steuer, die wird anders gebucht. Die gehört nämlich zu den sonstigen betrieblichen Ausgaben. Und das werde ich erst sehr viel später in meiner Filmreihe machen. Allerdings kommt die immer wieder in solchen Aufgaben vor, wo der Erwerb eines Grundstücks gebucht werden muss. Und man muss einfach erkennen, das gehört nicht dazu. Das ist an dieser Stelle wichtig. Ja, dann muss ich immer, wenn ich etwas erwerbe an Immobilien, muss ich zum Notar. Und der stellt natürlich eine Rechnung. Und der Grundbucheintrag, den macht auch der Notar. Dafür gibt es in der Regel eine Extrarechnung. Das sind 800 Euro. Und jetzt kann ich endlich meine Anschaffungskosten ermitteln. Und das sieht dann so aus, das habe ich jetzt in der Tabelle geschrieben. Kaufpreis 200.000 Euro. Dann die Grunderwerbsteuer, das sind 3% von diesen 200.000 Euro. Auch das muss ich mir klar machen, auf was ich diese 3% beziehe. Das sind dann 6.000 Euro. Der Notar nochmal 2.000 Euro. Grundbuchantrag 800 Euro. Entschuldigung, 800 Euro. Gibt 208.800 Euro. So, das sind meine Anschaffungskosten. Anschaffungskosten. Und genau die muss ich buchen. Jetzt endlich kann ich das Komplette buchen. Also ich buche Grundstücke, die kompletten Anschaffungskosten, an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die kompletten Anschaffungskosten. Das Ganze ist eine erfolgsneutrale Buchung. Deswegen habe ich sie blau gefärbt. Warum ist das so? Grundstücke, das sind eindeutig Vermögenswerte, gehört zu Vermögen dazu. Und das ist ein Aktivposten. Wir haben ja gelernt, Aktivposten erkennt man daran, dass sie Vermögen darstellen. Und ein Aktivposten nimmt also zu. Und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, ganz klar, das ist ein Passivposten, der nimmt auch kräftig zu. Also ein Aktivposten und ein Passivposten nehmen beide zu. Und wir haben hier eine saubere Aktiv-Passivmehrung und damit haben wir eine erfolgsneutrale Buchung und die wird bei mir blau gefärbt. Dann möchte ich noch ein paar Takte sagen zu Leuten, die eine Ausbildung gemacht haben und es schon gebucht haben. Das kommt in der Praxis nicht so häufig vor, weil man erwirbt dann nicht jeden Tag ein Grundstück. Das ist also nicht das tagtägliche Geschäft eines Finanzbuchhalters. Wer das schon mal gemacht hat und gebucht hat, der weiß, dass es natürlich wieder stark vereinfacht ist, weil wir befinden uns in einem Kurs für FH- und Unistudenten, die ihre Prüfung bestehen wollen. Und da ist es natürlich so, dass es wie gesagt stark vereinfacht wird. Das einfach so im Hinterkopf behalten. Also nicht durcheinander kommen, sondern einfach das so machen. In der Regel sind diese Aufgaben, Buchungsaufgaben zu Grundstücken ein bisschen einfacher gehalten. Da wird meistens nur gesagt, der Unternehmer erwirbt ein Grundstück. Allerdings beim Jahresabschluss kommen diese ganzen Sachen wie Grunderwerbsteuer und Rechnung des Notars und Grundbucheintrag und noch ein paar andere Sachen wie Maklerkosten und Gutachten. Dann diese ganzen Erschließungskosten, das kommt noch dazu. Und deswegen muss es auch gewusst werden. Ich mache es hier schon an dieser Stelle, damit ich später nochmal wiederholen kann. Und da werde ich auch Bezug nehmen auf diesen Film. Es wird mal wieder Zeit, dass wir einen Blick auf die Struktur der Konten werfen. Wir haben in Film 23 und 24 Anlagevermögen eingekauft, also hier links unten. Und das habe ich jetzt hier auch noch ein bisschen weiter verfeinert. Das gucken wir uns gleich an. So, festzustellen war, die Buchungen sind alle blau gefärbt, sprich erfolgsneutral. Das ist auch ganz logisch. Anlagevermögen, das sind Aktivposten. Und das sagt es ja schon, also Vermögen ist ja aktiv. Und Aktivposten vermehrt sich da immer. Und dann wird meistens gegengebucht mit Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistungen. Das ist ein Passivposten, der vermehrt sich ja am Haben. Also nimmt auch zu, da haben wir eine Aktiv-Passiv-Mehrung. Und damit befinden wir uns grundsätzlich beim Erwerb von Anlagevermögen im Bereich der Bestandskonten. Was andere sind die Abschreibungen, aber die mache ich viel später. Damit hat es nichts zu tun. Wir kaufen etwas und das muss dringend in die Bücher als Vermögen eingetragen werden. Beziehungsweise dadurch, wie es finanziert wird, durch Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen oder sonst etwas, das muss natürlich auch in die Bücher eingetragen werden. So, dann habe ich dieses Anlagevermögen ein bisschen grob unterteilt. Und zwar so, wie es an Unis und FHs immer unterteilt wird. Da gibt es grundsätzlich Grundstücke. Die werden meistens noch ein bisschen unterteilt in bebaute und unbebaute Grundstücke. Aber zu Beginn der Einführungsvorlesungen wird immer nur von Grundstücken geredet und nicht von Gebäuden. Ich habe es nie anders gesehen. Dann gibt es noch ein ganz wichtiges Konto. Das habe ich jetzt nicht angesprochen in meinem Film, aber das ist eigentlich auch logisch. Wenn man sich vorstellt, ein Unternehmer kauft eine Drehmaschine oder eine Fressmaschine, dann muss er die natürlich auch buchen als Vermögen. Und dieses Konto spielt immer noch eine wichtige Rolle in Univorlesungen, weil da oft von Produktionsbetrieben die Rede ist. Vor allem in der Einführung in die BWL. Das sind ganz oft Produktionsbetriebe. Und diese Produktionsbetriebe, die müssen natürlich auch in der Einführung in das Rechnungswesen sich wiederfinden. Und deswegen ist dieses Konto grundsätzlich dabei. Wenn ihr einen Kontenrahmen habt, auch mit einer extra Nummer. So, dann hatte ich gesagt, Büromöbel, Bürostühle, Büromaschinen, PCs, EDV. Und auch LKW und PKW, die für den Betrieb angeschafft werden, die fassen wir zusammen unter Betriebs- und Geschäftsausstattung. Das ist das Konto BGA. Das hat es bisher an jeder FH und Uni, von der ich Schüler hatte, so gesehen, dass es zusammengefasst wird. Und damit hinein zusammengefasst werden oft auch die GBG. Das sind die geringwertigen Wirtschaftsgüter. Aber manchmal werden die auch extra erfasst. Und ich werde das hier auch tun, um mal klarzumachen, was hier der Unterschied ist. Weil die GBG sind die einzigen Anlagevermögen, die man auch sofort abschreiben kann, unter bestimmten Voraussetzungen. Nicht immer, aber man kann es manchmal abschreiben. Sofort abschreiben. Und dann muss es auch entsprechend gebucht werden. Und das werde ich in Film 25 erklären. Was versteht man unter einem geringwertigen Wirtschaftsgut? Wie grenzt man das ab von den höherwertigen Wirtschaftsgütern? Und was kann man damit anstellen? Ansonsten gilt die Grundregel. Grundstücke, Maschinen und BGA, wenn man die erwirbt, also einkauft, dann sind das grundsätzlich erfolgsneutrale blaue Buchungen. Bei den GBG kann es sein, muss aber nicht. Das kann auch eine Route buchen werden. Unser Kontenrahmen hat sich jetzt natürlich auch erweitert. Und wir sind jetzt am Ende des Kapitels, Einkauf von Anlagevermögen. Jetzt müssen wir mal wieder drauf schauen. Und zwar habe ich jetzt den Kontenrahmen hier ganz links unter Anlagevermögen, Aktiva, ergänzt. Einmal um Grundstücke, dann Maschinen. Da habe ich jetzt stellvertretend aus dem IKR die Fertigungsmaschinen genommen. Dann die BGA und da wieder stellvertretend Fuhrpark und Büromöbel. Und den GBG Sammelpol und die GBG, die werde ich extra führen, weil die kommen später noch einmal. Lassen wir uns auch gleich die Buchungen dazu anschauen. Und dann die BGA und die BGA. Und das war das. Und dann die BGA. Und dann die BGA. Vielen Dank.